Eine Sonneausbildung haben jetzt 15 Feldwebelanwärter des Objektschutzregiment der Luftwaffe Friesland absolviert, die eigentlich gar nicht zur Standardausbildung gehört. Im Naturfreibad Schortens haben sie eine Gewässerausbildung gemeistert. Die Idee, die Teilnehmer sind auf sich gestellt, sollen Vertrauen in ihr Material haben und ohne Führung mit Mut, eine für die Luftwaffe ungewöhnliche Aufgabe meistern. Und die bestand in diesem Fall darin, den See in Schortens zu überwinden. Wie war beinahe schon egal, Hauptsache alle kommen sicher ans andere Ufer und vor allem mit trockenem Material.